Die Nummer eins im Tor, Sven Burkhardt, die Nummer fünf, Burkhard Genitas, die Nummer acht, Marcel Zuckler, die Nummer neun, Marco K. Gomez, Christian Moskauer, die Nummer siebenundzwanzig, ganz schön auf Rinaldi, und die Nummer fünfundfünfzig, Asu Medacic, der Satzspieler ist, 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 Wenn das einzigartig ist, in einer Sekunde auch, oder? Das ist schon zig, oder? Einfach Geld wäre, oder? Ich glaube nicht, dass er rot gekriegt hat. Wir sind eigentlich in der Stimme. Wir sind in der Stimme. Das war dann auch der Stimme. Wir sind in der Stimme. Ich bin in der Stimme. Ich bin in der Stimme. Ich bin in der Stimme. Allerdings, in der Stimme. Jetzt ist Schluss, ehrlich. Ich komme hier an den Stimmen. Schreib die Nummer auf, dann rückwärts. Schreib sie an. Halbzeit startende mit dem Grundesgefahren vor allem beim TSG Backlabe. Ein Glück zu holen. Deswegen will ich ja mit dir keinen Spiel spielen. Ja, ehrlich. Ja, ich glaube, ich bin ehrlich. Das ist ja gut zum Töten. Der da springt, der auch noch. Ich glaube, es ist nur Siegekrieg. Also, der macht Business, der macht Business, weil der macht Business. Nichts! Nein, nein, nein! Dich da hab ich noch. Nein, nein! Ja, der da sind Schwarz, Mann, ja, der da sind schwarz. Auf Flavio! Komm, komm! Kater, naught! Erskippen! 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 Ach komme! Ach komme! Erskippen! 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 Schreie, schreie, schreie. Das ist ein ganzer Mann, das ist ein ganzer Mann. einen neuen Wert tastieren. Noch eine Information in eigener Sache. Zehn Minuten nach Spiegelende findet die Pressekonferenz im Niedraum am Stadion eingangs statt. Ich wiederhole noch einmal Zehn Minuten nach Spiegelende. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.